Aconcagua der Aconcagua in Argentinien ist mit 6962 Metern der höchste Berg in Amerika und der höchste Berg außerhalb von Asien. Hintergrund der Berg liegt unmittelbar an der chilenisch-argentinischen Grenze auf argentinischer Seite im gleichnamigen Argentinischen Nationalpark, der 1983 gegründet wurde. Die Bezeichnung kommt aus der Quechua-Sprache der einheimischen Inkas und bedeutet weißer Wächter, oder auch steinerner Wächter. Die offizielle Erstbesteigung gelang am 14. Januar 1897 im 5. Versuch dem Schweizer Matthias Zürbrigen als Bergführer des reichen englischen Abenteurers Edward Fitzgerald, der den Gipfel wegen gesundheitlicher Probleme selbst nicht erreichte. Im Jahre 1947 wurde auf dem Verbindungsgrad zwischen Haupt- und Südgipfel das Skelett eines Guanachios gefunden, 1985 auf dem Südwestgrad in 5200 Metern eine gut erhaltene Mumie. Diese Funde stützen die Vermutung, dass der Gipfel, wie andere anderen Gipfel auch, bereits vor dem Erscheinen der Europäer von den Inkas bestiegen wurde. Von den Statistikern wird der Berg in der Wertung der topografische Prominenz, das ist die gemessene Schartenhöhe von 6962 Metern, sogar als der zweithöchste der Welt geführt, übertroffen nur noch vom Mount Everest mit einer Schartenhöhe von 8848 Metern. Der Wert für die topografischen Dominanz, das ist der Abstand zum nächsthöheren Berg, ist mit 16.520 Kilometern unübertroffener Weltrekord. Die Gegend um den Aconcagua lässt sich stark vereinfacht als Wasser- und vegetationsarme Höhenwüste beschreiben. Interessant sind die wegen der fehlenden Vegetation frei sichtbaren Gesteinsschichten mit den, je nach angelagertem Mineral, verschiedenen Färbungen, Grün für Kupfer, Rot für Eisen. Einzelne Schutthalden und Stolleneingänge lassen auf früheren Bergbau schließen. Orte Vente del Inca, 2720 Meter, Brücke der Inkas, weltberühmte Naturbrücke, 47 Meter, und schwefelhaltiges Thermalbad, durch Erdrutsch zerstört, Startpunkt in das Horkonestal. Punta de Vacas, Startpunkt in das ostseitigen Basislager Plaza Argentina, Weiler und Skiort am Topungato, 6550 Meter, im südamerikanischen Sommer ist hier nicht viel los. Info auf der spanischen Wikipedia Ein reisennächster anfahrbarer Ort ist Vente del Inca an der Verbindungsstraße von Mendoza in Argentinien nach Los Andes in Chile. Ein Fahrt mit dem Busse von Mendoza nach Vente del Inca mit der Gesellschaft Os Palata. Aktivitäten Die beste Jahreszeit für einen Besuch am Aconcagua ist der Sommer der Südhalbkugel von Mitte Dezember bis Ende März. Für den Besuch des Nationalparks und die Gipfelbesteigung muss im Tourismusbüro in Mendoza, Direction de Recursos Naturels Renovables im Park San Martin 1143 Ein Permit Besteigungsgenehmigung Je nach Saison und Aufenthaltsdauer Tracking Circa 10 bis 50 US Dollar Besteigung Circa 80 bis 200 US Dollar Das Permit hat in der letzten Saison 5100 argentinische Pesos für die Hochsaison gekostet, das sind etwa Euro 680, gelöst werden, das Lösen vor Ort ist nicht möglich. Öffnungszeiten des Subsecret Area de Turismo, Mo. Frau 8.00 bis 18 Uhr und Zar. Sonntag 9.00 bis 13 Uhr. Das Basislager Wer das Basislager Plaza de Mulas, 4300 Meter, Maultierplatz, besuchen möchte, sollte seine Höhentauglichkeit vorab in vergleichbaren Höhen ausgetestet haben. Das Basecamp ist für den gesunden Bergwanderer in zwei Trekking, Tagesetappen mit Übernachtung im Camp Confluencia, Wasser in einem Bachlauf, erreichbar. Startpunkt ist Los Benetentes bzw. Pventedel Enca. Von hier geht es nach Norden in circa einer Stunde Gehzeit, alternativ, Jeep, zum Parkeingang, Kontrolle durch die Parkranger, und dann zu Fuß durch das Horkonestal zum Basislager Plaza de Mulas. Die Gesamtstrecke hat 35 Kilometer Länge mit 1560 Höhenmetern, sollte mit mindestens 10 Stunden Gesamtlaufzeit, auch für Konditionsstärke, veranschlagt werden. Die Aufteilung auf zwei Tagesetappen, circa vier und fünf bis acht Stunden Gehzeit, fördert die Höhenanpassung. Die West-Ost-Querung des Gletscherbachs am zweiten Tag sollte nicht zu spät erfolgen, damit Näherung an das Basislager das Gefälle des Bachs und damit auch die Strömung zunimmt. Der Gepäcktransport in das Basislager erfolgt durch Maultiere, die in Quente del Enca angemietet werden können. Wasser im Basislager gibt es am Gletscherbach, 15 Minuten, beziehungsweise durch Schneeschmelzen. Ein Mittel zur Durchfallbekämpfung sollte daher unbedingt vorgehalten werden. Das Hotel Hotel de Plaza de Mulas ist in einem 15-minütigen Fußmarsch vom Basislager aus zu erreichen und bietet notfalls eine medizinische Grundversorgung. Auch im Basislager gibt es medizinische Versorgung und Kontrolle auf Höhenkrankheit. Während der Besteigungssaison befinden sich ca. 200 bis zu 400 Trekking- und Bergtouristen täglich im Basislager, während der ganzen Saisons bis zu 4.000 Personen. Der Gipfelanstieg wegen der absoluten Höhe, der Berg ist knapper 7.000er, kommen für die Besteigung nur konditionsstarke Bergsteiger mit Beleg der Tauglichkeit für die Höhe in Frage. Ein mittlerer 5.000er als Akklimatisationstour vorab ist unbedingt zu empfehlen. Nur 20% der Gipfelaspiranten sind erfolgreich, die Anzahl der Verunglückten am Berg liegt weit über dem Schnitt des Mount Everest. Der Aufstieg auf dem Normalweg ist während der Hochsaison meistens eisfrei und führt recht monoton vom Plaza de Mulas über Nido de Condores, Camp Berlin, durch die mühsame Zanale-Tascho-Trinne, 33-Grad-Neigung, ca. 400 Meter Länge, zum Sattel zwischen Süd- und Nordgipfel und von da zum Gipfel. Der Weg wird im Normalfall mit zwei oder drei Hochlagern bewältigt. Das Gelände bis zum Sattel kann vom Basislager aus in großen Teilen eingesehen werden. Die falsche Polenroute startet vom ostseitigen Basislager Plaza Argentina, 4.200 Meter, Zustieg in drei Tagen von Punta de Vacas durch das Tal des Rio de las Vacas, führt in 6.200 Metern Höhe wieder auf die Normalroute und umgeht somit den Gletscheranstieg der Polenroute, siehe folgend. Für diese beiden vorgenannten einfacheren Routen zum Gipfel werden von den verschiedenen einschlägigen Veranstaltern Bergführer begleitete Touren mit Expeditiosen ähnlichem Charakter angeboten, z.B. in Deutschland Dev Summit Club und Hauser Exkursionen, in Österreich www.bergnews.com und Lassera und in Südtirol Globo Ipin. Anbieter aus der Schweiz sind Berie und Aktiv Ferienagi. Diese Veranstalter organisieren in der Regel auch die nötigen Transfers und das Permit. Die Polenroute wurde im Jahre 1935 erstmals von einer polnischen Seilschaft begangen. Dieser Anstieg führt an der Ostseite durch eine 800 Meter hohe Wand, hat Neigungen bis 55 Grad und gilt als der zweitschwerste Anstieg auf den Gipfel. Die Paretsur in der Südwand, entspricht der sonnenabgewandten Nordwand auf der Nordhalbkugel, gilt mit 3050 Metern Eis und brüchigem Fels als die schwierigste Aufstiegsroute. Sie wurde 1954 von einem französischen Team in acht Tagen erst begangen und galt seinerseits als eine der härtesten Routen der Welt. Einkaufen Berg-Sportgeschäft in Mendoza, Casa Orwitz, Adresse, Tel 54 261 425 1281 www.orwitz.com Küche Das letzte Restaurant vor der Tour, und das erste danach, befindet sich in Vente del Inca bzw. Punta de Vacas, Ausnahme, das teure Hotel am Basislager, im Nationalpark gibt es sonst keine Einkaufsmöglichkeiten mehr. Während der Tour gibt es nur die übliche Bergsteiger-Chost, das ist das was man mitbringt, gekocht auf Benzin oder Gas. Da der Materialtransport ins Basislager durch Mulis erfolgt, sind hier jedoch keine besonderen Einschränkungen bezüglich des Gewichts erforderlich. Sicherheit Das Wort von der Bergsteiger-Kameradschaft ist ein Idealismus, der in der Realität leider sehr denbar interpretiert wird. In den einschlägigen Medien und Foren gibt es zunehmend Berichte über geplünderte Essens- und Materialdepots in den Hochlagern der weltweit viel besuchten Berge. Eine offizielle Statistik gibt es nicht. Für kleine Gruppen kann es daher sinnvoll sein, während der Transport-Touren-Sicherungsmaßnahmen unbeaufsichtigter Zelte vorzusehen, am besten ist hier eine Abstimmung und Absprache mit anderen Teams am Berg. Klimagroße Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht und häufige Wetterwechsel sind die Regel. Wegen des ständigen starken und böigen Windes kann es sinnvoll sein, den Zeltaufbau vorher zu üben und dabei alles, was Windangriffsfläche bietet, irgendwie zu verzorgen und zu fixieren um es vor dem Davonfliegen zu sichern. Ausreichend Rebschnur ist hilfreich. Starken Wettereinfluss übt der Nahepazifik aus, dessen Stürme mit plötzlichen Wetterstürzen sehr schnell extremen Charakter annehmen können. Berüchtigt für seine Wetterstürze ist der sogenannte Viento Blancho, der innerhalb weniger Stunden sonnig-ruhiges Bergwetter in eine Extremwetterlage mit Gewittern, starken Schneefällen und Orkanböen bis zu 180 Kilometern Hafer wandeln kann. Wettervorhersage für den Aconcagua, Snow-Fourcast.com Gesundheit Das Trinkwasser kann nur aus den Bachläufen und aus Geschmolz einem Gletscher als Schnee gewonnen werden und sollte grundsätzlich abgekocht werden. Wegen des mit der Höhe sinkenden Siedepunktes des Wassers, im Basislager bei AD 86 Grad Celsius, sind alternativ Entkeimungstabletten, Z.B. Mikropurforte, sinnvoll. Hygienische Probleme sind aber nicht bekannt, Stand Januar 2009, und in der Praxis ist es wichtiger zu wissen, dass das Wasser der Bäche, insbesondere bei Confluencia, stark magnesiumhaltig ist und dadurch abführend wirkt. Die örtlichen Ärzte, der Parkverwaltung, empfehlen dagegen Mittel gegen Durchfall. Den hohen Gehalt an MG-Salzen erkennt man an Salzausblühungen, die schon auf dem Weg nach Confluencia deutlich sichtbar sind und die man auch noch im Hochlager Nido de Condores findet. Da die Veranstalter das Wasser für die Getränke wie auch für die Mahlzeiten die lokalen Bächen entnehmen, kann man das Problem praktisch nur durch Kaufen von Mineralwasser umgehen. Die Nationalparkverwaltung schreibt den Besuchern eine Wiedermitnahme aller Abfälle einschließlich der festen Stoffwechselprodukte des Körpers in extra am Parkeingang dafür ausgegebenen Plastiktüten vor, und versucht auch eine Überwachung. Die Überwachung dieser Umweltschutzvorschrift ist aber, insbesondere oberhalb des Basislagers, nur begrenzt möglich, die Maultiere halten sich sowieso grundsätzlich nicht daran. Die wilden Toiletten im dafür geeigneten Gelände links und rechts der Hauptrouten können klar am Geruch erkannt werden. Hinweise zur Höhenanpassung gibt es im Artikel zum Thema Bergsteigen. Karten Akon Kagua Skizzenartige Karte des American Albine Club www.americanalbineclub.org Kartenskizze zum Akon Kagua auf Basis der vorgenannten Karte des American Albine Club bei www.bielefeld.de Webcams Webcams am Basislager www.ekenkaguanow.com Mit weiteren Vorortwetterinfos